Heike ist so ein einsamer Gondelfahrer. Ich muss halt jetzt ernsthaft mal fragen, das kann doch nicht random woanders spawnen. Ne, kanns auch nicht. Das muss doch hier sein. Ne, das ist normalerweise... Hier ist aber ein Schiff. Ja, hat noch jemand zwei Steine dabei, um mal das Lagerfeuer zu machen? Ja. Aber man kann auch ein einfaches Feuer machen. Ach so, auf dem Boot. Wenn du dich drauflässt, ja. Ich lass dich schon drauf. Ach, lass die Geldscheine fließen. Ach. Recht romantisch hier auf dem Boot. Wer brennt? Tarnrocks. Recht romantisch hier auf dem Boot. Oh, Maven, du bist so heiß. Das Problem ist halt, ich seh jetzt auch grad gar nichts. Warte, ich kann was machen. Das bringt mir wirklich was. Ja. Wir warten erstmal. Ich hoffe, ihr habt genug Essen dabei. Guck mal. Dingo Boingo. Aaaaaaah. Drossen! Happy! Oh! Alles noch alleine. Schnapp die Gugel. Drauf! Kann ich nicht töten. Ich auch nicht. Lecker. Piuu! Feuerwerk. Ese Feuer! Neee! Was? Nee, nicht. Ey, warte mal. Warte mal. Warte, die packt sich für immer auf diesen Tisch. Auf den Tisch. Guck mal. Ich bin ein bisschen rumlaust. Vor allem, die freuen sich eigentlich. Die haben so ein Nyaaah gesehen. Ja, die haben so ein richtig belles. Jo, der bleibt stehen. Ey. Och Mann. Kann ich jetzt irgendwo da unten ran klemmen? Oder wie es ist? Au. Jiii, das wär doch... Jiii. Er geht... Das war die Schildkröte, nicht ich. Huch, die Schildkröte war's. Ich kann nichts dafür. Okay. Wie der Kopf noch so runter plumpst. Hey! Ähm... Was? Ähm, hä? Ich hole ihn! Okay. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn. Komm, wir verstehen uns. Ja, du kannst... Warte, ich muss mal kurz mein Essen braten. Hä? Was ist mit dem Essen los? Mein Essen! Breakdance! Jetzt liegt's nochmal, Alter. Hä? Und was ist mit dem Ruder? Das ist immer am Essen. Hä? Krillstoff? Ist das... Ist das gesund? So ne Fackel. Kann ich das jetzt eigentlich aufheben? Ah! Äh. Oh. 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 Ja. Stop! Stop! Nein! Uh. Nääääää. Du hast den Kopf ernt. Das. Ja. Hahaha. 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 Das sieht glücklich aus. Hahaha. Wir wollten, äh, die Baupläne. Hahaha. Hahaha. Ja. Ich warte immer noch ab, dass endlich mal hier und so... Tag wird, weil dann kann ich das alles auf dem Wasser besser sehen. Können wir ein provisorisches Lager machen? Nein. Ne. Ich habe nur 16 Stöcke. Warum brauchen wir 242 Stöcke? Was baut ihr denn? Ich kann dir Zaun. Zerbot baut einen Baum. Äh. Einen Zaun. Hahaha. Boah, heute hab ich's echt. Also... Das kann ich mehr. Ja. Sonntagabend? Was erwartest du? Ja. Ich hole mir was zu knabbern. Nee, dann ist da wieder eine Aufnahme mit einer... Krrsch. 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 Nein, das sind diese kleinen Kaubonbons. Auf das geht... Also heißt es, es geht... Ne. 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 voted. Ich bin ein bisschen vorgefahren, und aufUDe du hast platsch gemacht und du standest da. Kei. Ja啦. Komm mir bitte nicht so nah, du siehst. Oh fuck, jetzt brauche ich eine Schere. Diesmal klappt es nicht. Sich? scheiße ist das so eine verrückte Folge ich kann nicht mehr also ehrlich ich hab noch ein bisschen Schokolade ja ich kann das ich kann das ausnutzen ja ich sag mal so von dem Bild was ich im Discord gepostet hab davon fällt gerade mal die Nussini den Rest hab ich immer noch ach das kacke Teil ist das schon auf? boah diese Kirschen dieser Kirschgeschmack die ist am besten ist er das ja? mhm mhm Teilhochs musst du mich immer angucken dann dreh dich nicht so lieber auf den ersten Blick das sieht so dämlich aus Wie du so, bleib mal stehen, du stehst irgendwo da und guckst dir die Schildkröte an, das sieht so dämisch aus und du hast nichts im Kopf drin. Oh mein Gott ey, das tut schon weh. Bachmuskelschwäne. So, kann ich hier vielleicht was bauen, was vielleicht, äh, hier sowas? Ich will nur was testen. Da hast du... Na, hast du den beeindruckt? Oh, warte, das geht, oder? Hä? Warte. Nein, was? Mein Kassettenrekorder! Nein! Ey! Ich will meinen Kassetten! Ohhhh... Vor allem, Tayox, wenn du schon einen hattest und noch einen aufnimmst, dann schmeißt du den anderen weg. Oh! Oh! Ich hab den nicht aufge... Wo ist der? Sag mir jetzt nicht... Ja, da bleibst du... Nein! Ich such den Kassettenrekorder jetzt. Ey, ansonsten gehst du zur Yacht, dort kriegst du doch neun. Ich will surfen. Ich wollte dir ein bisschen für Stimmung sorgen, aber dann... Ja, äh... Da verdiene ich das. Es ist immer noch die halbe Nacht, die wir brauchen. Ich fahr jetzt aber trotzdem mal ein Stück weiter, denn irgendwie sieht's mir aus, als ob wir hier falsch sind und ich hab so Tränen in den Augen, grad durchs Lachen. Da da die, da da da... Da da da... Da da da... Da da da... Tirox, häng das mal an die Fahne ran dort, daß mal alle Musik haben. Ach, was meinst du, was ich grad versucht hab? Pssst! Das geht nicht! Was hier? Da? Hier unten? Geht das? Was? Was ist denn los? Egal... Diese Musik, die da kurz läuft... Wo ist es denn? Ja, helf mir hier rein, damit ich es auch nicht mehr da holen kann. Ach so, du hast es im Endeffahrt. Kann ehrlich nicht mehr. Das ist aber auch eine dämliche Folge hier. Zu kurz. Das ist so genial. Vor allem die ganze Folge jetzt über sind wir nur nachts auf dem Boot. Ich glaub, das ist schon mal sowas von falsch rüber, die Folge. So, Ike, bleib stehen. Du musst aber nicht schon hochkommen, oder? Mhm. Jetzt mach mal nichts. Ne, mach ich nicht. Ja, ich geh weg vom Ruder, ich mach nicht. Hier, oder? Hey, was ist das denn? Wie? Das Ding ist einfach nur verbackt. Oh Gott. Am besten ist, dort gar nichts mehr dran machen. Och, Mann. Kann auch nicht wahr sein. Oh, Göttchen.